Musik Es ist eine wunderbare Sache, die wir Tonnengruppen hier erleben, weil es für die Studenten einfach großartig ist, ihn als Musiker und ich möchte auch betonen, als Mensch zu erleben. Er ist ein Musiker, der wirklich sprüht und ein Mensch, der auch Wärme hier weiterreicht. Und diese Kombination ist mit Ton gegeben und ist einmalig und jeder Student kommt so reich geschenkt aus diesem Kurs raus und aus dieser Begegnung. Musik Das Repertoire, das für Orga geschrieben hat, im 17, 18 Jahre und davor auch, ist ein tolles Repertoire. Wir sollen es gut verteidigen Musik Und denken, wenn wir ein Programm machen für ein Konzert, wir lieben immer laut zu spielen. Aber das Publikum hat gern Abwechslung. So registriert, schön, macht ein Stück leiser, macht ein Stück lauter. Musik Und dann wird man sehen, dass Publikum auf die Orga gesagt hat, kommt. Weil wenn man die Orga einmal gehört hat, ist das für die Torf. Musik Applaus 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 Applaus